Herzlich willkommen Freunde des guten Geschmacks zur dritten Folge von You Want We Do. Eine Woche ist wieder mal vergangen. Wir haben uns die ganzen Kommentare rausgepickt, alles ausgewertet. Und was richtig cool war, war von The Mindscrap. Er hat gesagt, wir sollen einen Elektroshock-Remix machen. Einen Elektroshock-Remix, wir haben es aber weiter ausgeweitet. Wir haben eine komplette Eigeninterpretation draus gemacht. Also es grenzt nur noch eigentlich vom Text und vom Gesang her ans Originale. Also sonst ist alles anders. Lasst uns unten in der Kommentarbox oder als Videoantwort, wie immer, die kreativen Kommentare wissen, was ihr haben wollt, damit wir euch auch nächste Woche wieder entertainen können. Bei You Want We Do. Und damit geht es jetzt los. Kein langes Gelaber. Viel Spaß mit Elektroshock. Bis nächste Woche. Tschüss. Jetzt ist Elektroshock. Lass uns zwei an every party, das ist die beste Party Sagt, jetzt ein, zwei, drei, drei, deine Mutter ist dabei Polizei kommt vorbei, sagt, was I will sagen, bye Lass uns zwei an every party, das ist die beste Party Lass uns zwei an every party, das ist die beste Party Sagt, jetzt ein, zwei, drei, deine Mutter ist dabei Polizei kommt vorbei, sagt, was I will sagen, bye Lass uns zwei an every party, das ist die beste Party Sagt, jetzt ein, zwei, drei, deine Mutter ist dabei Polizei kommt vorbei, sagt, was I will sagen, bye Das hier ist der Ekroshock, wir machen Party Der Ekroshock, wir machen Party Das hier ist Elektroshock, wir machen Party Wir machen Party Non-Stop Wir wissen ihr sein darf euch, kommt ruhig näher und dreht jetzt frei Das hier ist Elektroschott Wir machen Party Non-Stop Wir wissen ihr sein darf euch, kommt ruhig näher und dreht jetzt frei Elektroschott Elektroschott 1, 2, 3 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR